Hallo und willkommen. Was ist denn bei Tenors? Es sind nur noch vier Folgen aufzunehmen, das ist schön. Gut fertig. Ähm, nehmen wir mal. Gut. Ähm, Mino wollte ich einkranzen. Wie nun mal ich etwas abgelehnt habe, der Wüste. Komm, ich habe mir überlegt, wie das hier weniger aussieht für eine Farm. Doch, das wird eine Farm. So ähnlich wird immer der Brawl-Steel jetzt. Von mir zu. Ich bin etwa fighter zu Busse, da wo ich eigentlich schon runterginge. Da werden wir Farm. Wie groß wird der Mino sein? Ein Chunk. Dann muss also vier Chunks. Chunks sind oben. Oh nein. Hier. Gut auch. Das ist wieder eine Seite. Ich guck mal eben rein. Ähm. Wo war's denn? Aufwand, oder? Wo. Spurenshot, Sprengamarkierung, Transpickieren. Okay. Watch, watch. warte mal geht das nicht ich schieße nicht ich will nur was nachgucken hier seht ihr wenn ich aufnehmen das hat doch damals funktioniert haben wir es rausgenommen ach ne ich kann wegen optifine sagen achja stimmt verkauf ich von optifine ja dann machen wir einfach und schauen dass du 16x16 kriegst wie gesagt 4 also 16 32 ach ja äh gut ne 32 ich weiß nicht und wir nehmen einen Gang her oder da unter dann werden wir mehr sehen so groß hier mehr ne und und die andere schon mal ok das ist hier und jetzt war nicht mehr hier ein Hier wird dann die ganze Lina stehen, das kann gedauern. Also in Kohle nehme ich jetzt nicht mit, weil ich ja eh noch... Dann haben wir schon mal das nächste Projekt angefangen, eine eigene Mine. Ich glaube, wenn ich wieder hier nicht bin, bin ich normal verschont. Okay, um... Wenn ich Fehler verletze... Hier werde ich die Möglichkeit, dass wir auch ein bisschen vergrößern. Wie sieht es sonst schwierig aus? Ich meine, vielleicht brauche ich doch nicht. Egal. Ja. Ich weiß nicht, dass ich so gut bin. Ich weiß nicht, dass ich so gut bin. 43 sind noch dafür doch nicht Nope Übrigens ist das, was wir heute fertig haben, dass wir das andersrum Ich nehme mal eine Schaufel mit, dann kann ich schon mal was machen Ich hätte nämlich die Linie auch schon Die Linie und solche Auch zwei Schaufeln Keine Angst Dann gehen wir gleich wieder runter Der wird schon runter Hm Ja, Mann Ja, Mann Ja, das ist Ja 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 Wir enden doch lieber die Folge Oder Nein Machen wir etwas Ähm Nein, für den Gut so Das ist einfach für jeden Part nochmal Ja, ich gucke jeden Part an von mir Ja 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 Das ist manchmal nicht gerade spannend Egal Mal geguckt Mal geguckt Ja 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 Das ist einfach Ja 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 Man Ich bin zu unfähig Ich bin mit doch dem Part hier. Tschau, bis nächstes Mal.